In Gelterkinder gibt es ein neues Sportgeschäft und ich bin jetzt beim Joel hineinschauen. Das Geschäft heisst Adi, bin ich hier richtig, Joel? Du darfst sagen, wie du willst. Aber grundsätzlich ist es ADJ Sport. Das hat damit zu tun, A ist der Vorname der Tochter der Freundin Alessia, D ist meine Freundin Desiree und J ist Joel. Und darum heissen wir ADJ Sport. Und was macht ADJ Sport? Ich habe gesehen, die haben nachhaltige Sportbegleitung. Was bedeutet denn das genau? Das bedeutet, dass wir Hersteller haben, Lieferanten haben, die sich auch für die Umwelt einsetzen. Die komplett recycelte Produkte haben, also nicht neu in diesem Sinne, sondern abgecycelt, recycelt. Wo Fischernetz, ähm, sonstige Abfälle gehen aus dem Meer fischen und aus denen Produkte herstellen. Also das sind schon mal zwei, drei Kriterien, die wir vollkommen unterstützen. Aber erzähl mal, was sind denn das genau für Produkte? Du hast jetzt immer von Produkten geredet. Also, ähm, wir haben jetzt im Winter, Herbst natürlich lange Sachen. Von davon Wasser, äh, windabweisende Sachen. Fliesssachen, die sehr wärmen. Ähm, dann haben wir natürlich auch Unterwäsche. Erstlayer sagt man dem, die eigentlich direkt auf der Haut liegt. Ähm, dementsprechend auch schön warm geben, den Schweiss nach Hause geben. Ähm, des Weiteren haben wir, ähm, dorthin auch noch Wanderhosen. Wanderjacke, äh, wir haben T-Shirt. Wenn wir wirklich gerade rennen gehen, haben wir natürlich auch Shorts. Natürlich jetzt, Herbst, Winter, äh, nicht wirklich das Optimale. Ganz kurze Sachen, träge T-Shirt, das kommt dann noch die Snow. Jetzt Joel, apropos nachhaltig, wie ist denn da die Rückverfolgbarkeit? Ähm, also unsere Hersteller sind natürlich zertifiziert. Blue Sign, Fair Wear, etc. etc. Bedeutet, da kann man jeden Arbeitsschritt, jeden Schritt von diesem ganzen Produkt, kann man komplett nachverfolgen. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Shop gekommen? Weil eigentlich bist du im Online-Bereich tätig gewesen. Hat dir ein bisschen Kundennahe gefehlt? Das auf jeden Fall. Also, erklärt bin ich Detailhandelsangestellter Sportartikelverkäufer. Ähm, auch jetzt schaffe ich nebenbei ja noch, sage ich jetzt mal, im Büro. Bedeutet, ähm, ich habe Kontakt, aber nur telefonisch. Und ich finde es schön, mit den Leuten zu kommunizieren und eben zu beraten. Ein Online-Shop ist eben so unpersönlich und das Internet ist riesig. Also sprich, wir sind froh, wenn wir jetzt hier einen Laden haben, wo wir regional die Leute ansprechen können. Also, wir sind froh, wenn wir jetzt drauf schauen können. Dann beherrn wir uns auf jeden Fall. Jetzt gehönt wir uns auf jeden Fall. Also, wir haben das ein Video. Das ist ein Video. Wenn wir jetzt mal, sicher, wenn wir hier mal wiedersehen, würde ich dadurch aussehen, dann sind wir uns auf jeden Fall,